Und wer ist geschuldet, wenn etwas passiert? Hä? Ich natürlich. Das ist nicht extra, Herr Zauberrat. Das sind nur meine Nerven. Immer ich, der Unglücksrabe. Ist er zu, Frau? Warte, ich hilf dir! Ist du so blöd, aber du schlussig? Immer ich, der Unglücksrabe. Wäre ich nur bei meiner normalen warmen Esch geblieben. Sagt ihm Maestro einen schönen Gruß von mir und mein Name ist Jakob Krakel, wenn es recht ist. Ja, das tun wir. Ja, das tun wir. Eins, zwei, drei. Wir retten so einander. Wir retten so einander. Oder wie das heisst.